Der Honda SH 125i ist derzeit zum Aktionspreis von 2.990 Euro die günstigste Variante einen Honda Roller mit ABS und Topcase zu fahren. Er hat 12 PS und etwas größere Räder als die Premium Roller und ist eigentlich in der Start ganz gut unterwegs. Nachteil ist der eher kleine Gepäckraum unter der Sitzbank. An technischen Features hat er auch die Start-Stop-Automatik, die für einen geringeren Verbrauch sorgt und der serienmäßige ABS. Sonst ist die Ausstattung eher spartanisch. Das heißt, es gibt keinen Drehzahlmesser und den Verbrauch kann man am Bordcomputer auch nicht ablesen. Punkto Fahrdynamik und Bremsverhalten entspricht auch der SH 125i den hohen Erwartungen, die man an einen Honda Roller haben kann. Der Honda SH 125i ist ein solider Alltagsbegleiter und fühlt sich in der Stadt deutlich wohler als auf der Autobahn. Der schlanke und wendige SH 125i ist vor allem auf der Kurzstrecke und im Stadtverkehr eine ausgezeichnete Alternative zum Auto bei deutlich geringeren Fix- und laufenden Kosten.